Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer Weihandrunde des South Park, der Stab der Wahrheit. Wir sind ja hier letztens zu Kai gegangen, zu den Waldelfen, weil irgendwie finde ich elf, die Elfen hier die Fraktion doch schon netter, irgendwie freundlicher. Cartman wissen wir aus der Serie, ist ja das große Arschloch. Und nun sollen wir hier was kontaktieren und das machen wir jetzt auch mal. New Kid, I'm sorry I ever doubted you. I hereby make you a member of the Drow Elves of the Forest. Yay! New Kid, you have our friendship. I hereby level you up to the rank of Commander. Ah, jetzt sind wir Commander. Commander Saftsack. My Lord, my Lord, we know where the humans are hiding the stick. What, really? We just intercepted their messages on Twitter. Ah, you shot down their message, Raven. Right, right, we shot down their Raven and the evil wizard king has hidden the stick inside his desk at school. Of course. Carmen hit it in his desk. Drow Elves of the Forest. We know where the humans are hiding the stick. I knew Carmen was cheating. We shall march on the school and make the hollies drip of their blood. Ah! Okay. Okay. Defenders of Freedom, we thank you for your courage in joining our fight. Tonight, we are no longer Elves or Goths. Tonight, we fight as one! I feel like such a homo sapien right now. The Elves are here! They have blown their Warhorn! Blastkin! Okay. Elves! Flank left! Goth kids, prepare to attack from behind! Ähm, nioh. 35 Freunde, Vorteil verfügbar. Alter! Jetzt habe ich schon, äh, jetzt habe ich wieder eine Fähigkeit... äh, Vorteil verfügbar? Ah, jetzt habe ich hier, äh, den, äh, Stottern bei mir. Wie hieß er gleich? Ähm, boah. Ähm, ähm, boah. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Boah. Schreibt sie mir in die Kommentare. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, wie der heißt. Ähm, die hier liegen schon, äh, schnorchelnd auf dem Boden. Okay. Ähm, wie mache ich das gleich nochmal? Da. Ja, das war klar, dass ihr hier schon wieder hier einen, einen durchziehen seid, Kaffee ansaufen seid. Ne, 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 ne. Wieso brennt mein Schwert überhaupt nicht? Das sollte doch brennen. Ja, attention. Atenenbäumchen. Ähm, was? Aha. Aha. Ich habe die falsche Waffe gehabt. Atenenbäumchen hat been fortified and the armies of Christ shall never surrender. You will all die in this place. Cartman hält wieder Regen. Ähm, was haben wir denn hier? Da kann ich doch bestimmt was machen, oder? Kann ich da irgendwie gegenfurzen? Ähm. Nee, der muss. Nein, das, äh, so wird das nix. Welche war das? Die Furzgranate? Yes! Und da finden wir gleich noch ein Jim-Pokémon. Hä? Was war da? Hier war doch mal ein x angezeigt. Ah! Löffel... Was ist das denn? Fischkäbchen. Lecker. Alter, das haben die mit Schule gemacht. Hier will ich kein Hausmeister sein. Ähm. Okay. Ah, hier geht's runter. Wir haben schon hunderten Männer verloren. Bei uns, äh, läuft's, ne? Basketball, Waffe. Alter, wir werden hier, äh... Ja, nehm ich. Was kriegen wir denn hier alles zugesteckt? Haben wir nachher einen Bosskampf? In, out, okay. Ja, hier hatten wir jetzt nur das eine Ding. Hier liegen auch noch ein paar, die können wir looten. Ah ja. Kann ich hier irgendwie... Irgendwie... So. Aus dem Maul. Ah, der erste ist schon down. Alter. Das haut gut rein. So, das hat der in der Armbrust. Viereck, okay. Okay. Okay, er ist in Konterstellung. Und er ist an seinen Brandwunden leider liegen. Naja. Gib mal her was. Gib mal auch einen Schüssel. Ah, okay. Haben wir voll. Wir müssen echt mal wieder Sachen verticken gehen. Keep out. Elves, keep out. Ja, nö. Bin zwar kein Elf, ne? Aber... Wie komme ich denn da... Ach, mit der Arschsonde. Okay. Ähm, Moment. Moment, warte. Ähm, so. Arschsonde. Zack. Ähm. Kann ich hier vielleicht mit der... Ach, Kacke. Kommen wir gar nicht runter. Wurzgranate. Okay. Ähm, Analsonde. Ah, ich sagte Analsonde. Danke. So, und dann wollen wir mal wieder zielen. Wo sagt... Äh, hatte, habe ich den jetzt auch gewischt, oder nicht? Nein, habe ich nicht. Ähm, nein, 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 nein. Hat der nicht getan. Hat der nicht getan. Hm, Power... Nee. Power-Cord-Fähigkeiten. Was kann der denn? Schlaf-Lied. Lied der Buffs. Schlaf-Lied. Drücke die angezeigte Taste. Okay. Okay. Erfolg! Nice! Scheiße, ich habe kein Mano mehr. Oh, das sieht doch schon ordentlich. Dann schild! Oh, das sieht doch schon ordentlich. Ja, endlich. Toll, wir sind angewidert. Aber das war sein Tod. Äh, ich muss unbedingt mal wieder was für meinen Mann da tun. Mein Mana-Haushalt ist ein bisschen in dem Popo. Äh, ich kann doch geluten. Nekromanten-Handschuhe. Da hört sich nice an. Ach, die leistet schon wieder. Moment, Furz-Granate. Äh, nein. Könnte ich doch jetzt eigentlich... Nein, ich wollte... Ich wollte einen fahren lassen. Aus den tiefsten der Eingeweide. Oh, Mann. Er kleppt. Ach. Halt, die sammelt. Butters. Können wir mit dir reden? Nö. Hm. Ich dachte, man könnte mit denen reden. Ich weiß nicht, wie es ist... Ich weiß nicht, wie es ist. Sie sind tatsächlich mit dem Schrauben. Das ist gar nicht falsch. Bitte. Hurlbar. Das ist Gary Nelson. Be riskierbar, dass wir uns noch nicht haben. Wir kamen nach Schule am Morgen, nach dem Erdbeer Frieden. Und wir haben für die Bestandacht. Wir wussten keine Schule, haben wir verraten. Wir haben eine Säge von unten hier. Wir haben den Kremel-Güß, es war überall. Es war die anderen Schrauben. Oh, oh. Ähm, habe ich jetzt einen Z... Alter. Alter! Ich brauche erstmal für Mana. Äh, obwohl, ich kann Beschwörung. Ja, das kann ich ja mal machen. Äh, Stück Scheiße. Äh, das kann ich ja mal machen. Schönen Tag. Shitty Walk. Ähm. Nice. Haben wir das auch mal gesehen. So, und dann gebt mir her euren Stuff. Eure Binde brauche ich nicht. Ein alter Schwamm. Gewalt gegen Kisten. Noch ein alter Schwamm. Oha. Okay. Da kommen wir nicht durch. Kann ich das hier irgendwie... Ah. Okay, da habe ich den schon mal ausgeschaltet. Ähm, ich kann Jimmy hier im Befehl geben. Okay. Ich kann Jimmy hier im Befehl geben. Was soll ich mit dem Jimmy hier machen? Hä? Hä? Äh, ich blicke da jetzt gerade nicht so wirklich durch. Was wir da mit dem Jimmy machen sollen. Ja, wahrscheinlich hier. Ah, ne. Können wir die mit den, äh, Quietscher hier auch nach vorne locken? Schönen Tag. Oh, ja. Ne, ich habe gedacht, ich kann den Strom locken. Naja, einer von denen ist das schon dauernd. Ähm, boi. Dann nehmen so. Ach, das Ding schaltet sich auch wieder an, okay. Okay, die hellste Lampe von denen scheint ja schon paralysiert zu sein. Scheiße, ach, du lieber. Geil. So. Äh, jetzt was down. Dann nehme ich, ähm... Der ist gar nicht tot. Das wollte ich schon sagen. So, da war jetzt nur noch einer. Was macht der jetzt? Alter, der heilt sich. Ey, so war das hier aber nicht gedacht, Macreuth, ne? Heil ist hier nicht. Irgendwie mag ich ihn. Ähm, kann ich den hier mal eben... Habe ich voll, voll, voll. Jetzt kämpfe ich hier schon gegen... Nekromantenrohre. Haben die irgendwas Bestimmtes, dieses Nekromanten-Ding? Das interessiert mich jetzt. Äh, Rüstung, Nekromanten... Abwehr erhöht dann den Angriff. 15% Rüstung, oh, hört sich schon mal gut an. Nekromanten-Handschuhe. Das sieht doch recht nice aus. Ja, schnittig. Lila ist zwar nicht so meine Farbe, ne? Aber kann man mal machen. Wo komme ich denn hier hin? Ah! Das war auch geil, die Folge. He, he. Fand ich geil. Die Folge fand ich echt super. Objekt, äh, Reinigung, äh, Reinigung, äh, okay. Aber ich liebe die ganzen Anspielungen hier. Ich find's einfach super. So, was haben wir hier? Okay. Los, kleine Wand. Travou. Äh, die sind auch schon an deinem Schnorcheln. Scheint's auch. Aber ich verabschiede dich. Zitze mich wieder, und zusammen werden wir die Lande als schneller in Slaven. Äh, Cartman, äh, nö. Aber ich scheiße, ich hab den falschen Furz ausgerüstet. Ähm, Furz-Granate. Und, go. So, und da können wir hier noch einiges lupen, oder nicht? Was haben wir denn hier? Ah, ne, von hier kamen wir. Okay, okay, ich dachte, ähm, wir seien einen anderen Weg gegangen. Also, du hast ja auch noch dieses, äh, super Zeug, braue ich nicht, Exit. Da kommen wir wieder raus, okay. Ähm, wir sind ein bisschen ver... Oh, ha. Hey, Deucefag, wie würdet ihr euch ein bisschen Flammerdokter? Wir müssen ihn, um, um. Fuck you, Butters, you're worth his human. Ey, ja. So, jetzt, wir holen dich deinem Namen. You wanna piece of me? Can't hide, Deucefag. Was wir brauchen ist ein paar Collateral-Damage. Los geht's um den Barricade. Da ist er! Ich habe viele Dumpen, du sagst. Yowzer! Sieg! Ich hoffe, ich nicht meine eigenen Tee. Fuck you, Butters. Look out below! Hallo, was soll ich jetzt hier tun? Achso! Alter, klar! So funktioniert das! Alter, ich bin ja schon fast tot! Ähm... Nehmen wir mal einen kleinen. So, dann ähm 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 ähm... Kriege du sie auf den Arsch! Ähm... dann setzen wir Fähigkeit ein. Schlaflied. Erfolgreich! So, die pennen alle. Das heißt, ich könnte jetzt ihn hier... ...schön runterkloppen. So, erst seine Brandwunden erlegen. Sehr geil! Muss mir gleich mal Mana einpfeifen. Nein! Reflektion! Okay! In den Arsch! Es ist auch... Reflektion! Mein Gott! So! So! Sleep time, my friend! Au! Jetzt auch noch ein Schild! Alle klar! Alle klar! Alle klar! Ich muss mich mal eben mal kurz hier ein bisschen genesen. Erstmal was fressen. So! Hoffe dein Arsch brennt gut. Alter! Diese scheiß Reflektion! Ich hab ganz vergessen, dass er Reflektion drin hat! Hau mal Jimmy! Naja! Ich habe dich gerecht! So! Lauf, Butters! Lauf! Lauf! Ich heiße nicht Saftsack! Kann ich hier irgendwas machen? Use your magic to open the front door! Mach schneller! Das kann ich jetzt so kaputt machen? Okay! So! Jetzt aber! Oh Gott! Wir kämpfen gegen Butters! Seit wann hat Butters ein Schild? Seit wann ist Butters so stark? Seit wann ist Butters so stark? Alter! Ist das ein schlechter Scherz! Widerbelebungsdrank! Ähm... Wo habe ich hier meinen Wiederbelebungsdrank? Widerbelebungsdrank! Da! Steh auf! Friss den Taco! Und als nächsten Step würde ich sagen, hauen wir uns ein bisschen Mana rein! Vielleicht können wir ihn ja schlafen legen! Ähm... Mana! 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 Im besten großen Mana-Trank! Shitty Vork! Gib den Damen was er braucht! Ähm... Willst du mich ver-i... Was? Ähm... Ja... Toll! Der kann sich selber hier, äh... Baffen! Mit seinen heilenden Hand! Ganz geil! Nein! Nicht schon wieder diese Kackhammer der Stürmer! Okay Jetzt bräuchte ich unbedingt wieder Heilung Alter, ich verballte jetzt meine ganze Heilung An diesen kleinen Pissbutters, das kann doch nicht sein Ähm, Mana sieht gut aus Viel hat er nicht mehr Jetzt hat er also noch ein Schild Ich kriege ein Roy Aber wir haben ja eins gelernt Was kommt durch den Schild sehr gut? Hm Richtig So Heilende Willst du mich? Mh Butters, jetzt weiß ich warum dich keiner mag Nein, 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 nein Alter Das war so was von beschissen Knapp Gesundheit ist von groß So Butters Jetzt hast du deine letzte Wurst geschissen So Butters ist down Hab ich voll, hab ich voll, hab ich voll, hab ich voll Nach dem Kapoljahr ist mal wieder gut Okay Okay Elf must die Human rules Ähm Ich sag ja, ich hab schon die dumpfe Befürchtung, dass es in Richtung, äh Dass, ähm, Cartman hier der, äh, Obermob sein wird Ähm, ich brauch Mana Mana Trank Klein, komm Gib ihn Ähm, wie sieht's hier aus? Der hat, äh, der hat Schild Machen wir erstmal ihm hier Platz Eine Runde Burn, mein Freund Fähigkeiten Nimm mir Schlaflied Das war ein voller Erfolg Ähm, nehmen wir ihn hier So, der ist auch down Ich find das aber so geil Ich liebe mein Schwert So, dann haut er nochmal mit seiner kleinen Armbrust drauf Und dann dürfte es das gleich gewesen sein Okay, jetzt ist er auf Reflexion Das heißt Oh, brauch gar nichts mehr machen Er ist einfach abgefackelt Perfekt Level 10 Jetzt sind wir schon Level 10, äh, Krieger Sehr nice Gesundheitstrank Klein haben wir voll Ja, jetzt haben wir noch die Nekromantie-Mütze Schnauze-Kartman Die Magie keiner Äh, Nekromantie Alter Ja, das sieht gut aus So, kann ich hier irgendwo lang Ne, hier ist nur ein Eimer Und hier haben wir wieder einen alten Schwamm drin Aufwertung verfügbar Nimm mir noch einen Zillen-Loot Und dann würde ich erstmal sagen Machen wir hier im nächsten Part weiter Vielen Dank fürs Einschalten Vielen Dank fürs Dabeisein Und bis zum nächsten Mal, meine Freunde Ciao Ciao